Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 4, zum Quartalsupdate Dezember, das ist das letzte für dieses Jahr. Und es gibt das schon auf Deutsch, es gibt es auch auf Englisch hier, also könnt ihr euch beides angucken, ich nehme das jetzt mal auf Deutsch. Und ja, es ist interessant, weil es hier um die Fertigkeiten geht, als auch um die Waffensysteme, beziehungsweise Items. Also, gehen wir mal drüber, bla bla bla, hallo und willkommen zu einem unserer weiteren Quartalsupdates zu Diablo 4, dem letzten von 2020. Die Entwicklung des Spiels geht in stetigem Tempo voran, wir freuen uns euch mehrere große Updates und Überarbeitungen vorzustellen, in denen das Team lange gearbeitet hat. Und wir vor den Feiertagen fertigstellen wollen. Heute geht es um eine der größeren Überarbeitungen, die ein überaus gefragtes Thema dieses Jahres betrifft, das Gegenstandssystem. Naja, wollen wir mal gucken. Gegenstände sind das Lebenselixier von Diablo, das ist richtig. Sie sind das Element des Spiels, das unsere Fantasie anregt und uns motiviert immer weiter zu spielen. Ja, ja, ja. Wir lassen die Frage aufkommen, was wäre, wenn, nachdem wir das Spiel beendet haben. Egal, ob ihr sehnsüchtig auf das nächste göttliche Ausrüstungsgenheim mit perfekten Werten weidet oder wie ein verrückter Wissenschaftler mögliche Kombination in eurem Kopf durchgeht. Gegenstände spielen zweifellos eine wichtige Rolle dabei, Diablo so fesseln zu gestalten und von anderen Spielen abzuheben. Gut, okay. Da war Diablo natürlich das erste Spiel, was das eingeführt hat und viele andere haben das auch übernommen oder ähnlich gemacht, ne? Da uns bewusst ist, wie wichtig ein gutes Gegenstandssystem ist, haben wir frühen Feedback, frühen, frühen, frühen Feedback, der von Spielern uns besonders aufmerksam gewidmet. Wir wussten, dass zwischen unseren Präsentationen auf der BlizzCon 19, den folgenden Blog-Einträgen und der finalen Veröffentlichung des Spiels mehr Überarbeitung nötig sind. Und von unseren früheren Diablo-Spielen wussten wir auch, dass wir einiges an Zeit und Ressourcen benötigen werden, um diese Überarbeitung umzusetzen. Aus diesem Grund sind sie fest in unserem Zeitplan verankert. All eure Feedback hat uns dazu ermutigt, ein paar dieser Überarbeitung schon früher anzugehen, damit wir euch so schnell wie möglich unseren neuen Ansatz vorstellen können. Lead-Game-Designer Joe Shelley wird heute mit uns alle großen Updates bezüglich des Gegenstandssystems durchgehen. Wir haben jeden Aspekt der Gegenstandssysteme von oben bis unten begutigt und Elemente überarbeitet. Unseren Ansprüchen nicht genügen. Von den einzelnen Werten, die unsere Klassen betreffen, bis hin zur optischen Darstellung von Gegenständen im Inventar. Natürlich stehen wir nach wie vor am Anfang und müssen noch viel überarbeiten und testen. Aber wir finden, dass dieser Ansatz eine sehr gute Grundlage schafft. Und freuen uns unglaublich, ihn euch heute vorstellen zu dürfen. In den sozialen Medien könnt ihr euch auf dem Laufenden halten. Teilt uns bitte wie immer in unserem Foren und euren anderen beliebten Kanälen für Diablo mit, was ihr von unserem Update haltet. Wir treiben uns sicher auch dort herum und halten die Augen nach beliebten Themen. Denen wir uns in künftigen Blog-Einträgen widmen werden. Wo wir gerade dabei sind. Unser nächstes Update gibt es wer? Der Blizz Conlight. Super. Ein statt dem üblichen Blog. Wir haben schon Vermutungen gelesen, worum es sich handeln könnte und wollen euch versichern, dass es etwas wirklich Aufregendes sein wird. Ohne die Überraschung zu verderben, können wir sagen, dass es mit einer neuen Version der Lagerfeuer-Szene übereinhängt. Könnte natürlich eine neue Klasse sein, wer weiß. Die wir euch bei der letzten BlizzCon gezeigt haben. Ist ja auch schon ein bisschen her, letzter BlizzCon. Über ein Jahr jetzt. Vielen Dank an euch alle. Wir sehen uns in der Hölle. Luis Berger, Game Director, Diablo 4. So, jetzt geht's los. Heute sehen wir uns einige Änderungen bei den Gegenständen von Diablo 4 an und bringen euch bei einigen Dinge, die wir schon in unseren vorigen Entwickler-Blogs angesprochen haben, auf den neuesten Stand. Bei unseren Änderungsentscheidungen haben wir uns von drei zentralen Idealen leiten lassen. Zunächst wollen wir die Klassenidentität stärken, indem wir mehr Gewicht auf die Fantasie der Charaktere legen. Gegenstände und Fertigkeiten, die zur Fantasie eurer Klasse passen, sind am besten. Ja, gut, okay, gab's in Diablo 3 auch natürlich. Die klassenspezifischen Items, aber nicht nur. Es gab auch welche, die kann man so mit allen verwenden. Vreitens möchten wir durch unser Gegenstandssystem tiefer gehende Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen. Gegenstände sollen eure Klasse unterstützen und verbessern, anstatt sie zu definieren. Ja, mal gucken. Ich hab da schon, wie gesagt, die Englischen schon mal durchgelesen. Da ist es ein bisschen anders, so zu sehen. Aber gut. Und zu guter Letzt wollen zwischen Diablo 2 und 3 landen. Was? Und zu guter Letzt wollen wir zwischen Diablo 3 und 2 landen, was die Tiefe des Systems angeht. Wollen, dass ihr jahrelang auf Entdeckungstour gehen könnt und euch unzählige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, eine Klasse zu entwickeln. Also das ist genau richtig. Also das bitte euch merken. Zwischen 2 und 3. Irgendwo dazwischen müsst ihr landen am Ende. Das wird nicht alle glücklich machen, aber so ist es nun mal. Der Fertigkeitsbaum. Seitdem wir unser letztes Quartal zum Fertigkeitsbaum veröffentlicht haben, sind wir alle euer Feedback durchgegangen. Unser Team hat im häufigsten internen Spieltest viel Zeit mit unserem Fertigkeitsbaum verbracht. Dazu gehören auch ein ausgedehner Spieltest zum Fortschrittssystem. Darauf aufbauen sind wir zuversichtlich auf dem richtigen Weg zu sein. Also werden wir es weiterhin überarbeiten und verbessern. Beispielsweise optimieren wir die Gruppierung und zusammengehörige Fertigkeitsknoten, damit Spieler nicht den gesamten Baum absuchen müssen, um eine richtige Fertigkeitsaufwertung für ihre Builds zu finden. Die Möglichkeit Fertigkeitspunkte neu zu verteilen ist nicht leicht auszubalancieren. Wie viele von euch wollen auch wir, dass unsere Entscheidungen Gewicht haben und dass die Charaktere sich voneinander unterscheiden und nicht nur ein Klick fehlt, damit alle gleich sind. Okay, wir wollen Spiele auch dazu ermutigen, verschiedene Fertigkeiten auszuprobieren, wenn sie anfangen zu spielen und die richtigen Builds für sich zu entdecken. In Diablo 4 werdet ihr eure Punkte und Fertigkeiten und passive Fertigkeiten neu verteilen können. Boah, gut. Hätte ich immer Angst gehabt, dass das nicht möglich ist. Das könnt ihr unbegrenzt so oft machen, aber das kostet etwas. Wenn ihr gerade mit einem Charakter beginnt, wird es einfach sein, wenn der Charakter wächst, wachsen euch auch die Kuchen und Mühen. Am Ende des Spiels müsst ihr viel investieren, um euer Build zu ändern, damit es der Zeit und dem Aufwand angemessen ist, den ihr bisher in euren Charakter gesteckt habt. Das finde ich kacke. Also erstens, ich möchte gerne eine Klasse auch sowohl zum Farmen als auch zum... Ja, gut, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit Diablo 3, denn da hat man zum Beispiel zwei verschiedene Klassen zum Speedfarm, zum Grifffarm, zum Keysfarm und was weiß ich nicht, alle zum Bounties machen und sowas. Dass man das auch für verschiedene Klassen aufteilt. Man kann es auch innerhalb einer Klasse machen, aber dann würde man eben das Arsenal benutzen. Und sowas, so ein Arsenal wäre ganz geil, das auch in Diablo 4 zu haben, was aber nichts kostet. Meinetwegen soll es Gold kosten, okay. Gut, man kennt ja jetzt die Goldzustände von Diablo 3, da ist es ja völlig egal, wie viel es kostet. Aber gut, Diablo 4, ein Arsenal wäre richtig geil, wenn es funktioniert. Primäre Attribute. In unserem letzten Blog-Eintrag haben wir eurem Feedback zugestimmt, dass angelegte Gegenstände zu viel Einfluss auf die Macht des Charakters haben. Und wir mochten die Bildsprache der Begriffe Engelsmacht und Dämonenmacht. Aber sie haben nicht dazu beintragen, der Fantasie hinter Barbaren, Zauberer oder Druiden zu verdeutlichen. Also sind wir zu unserem Wurzeln zurückgekehrt und haben uns die klassischen RPG-Elemente der frühen Diablo-Spiele angesehen. Was tut man wirklich, wenn man durch eine Monsterhorde wartet und mit einer höheren Stufe weiter herauskommt? Man trainiert, man verfeinert seine Fertigkeiten, man wird besser in dem, was man tut, man wird stärker und schlauer. Okay, also, das sieht hier wieder so aus, dass die normalen Items, Quatsch, die Stats haben. Strength, Intelligence, Willpower und Dexterity. Endlich. Also das sieht gut aus, das finde ich gut, dass man da wieder damit was anfangen kann, wenn man da die einzelnen Stats halt eben hat. Geil auch hier zu sehen, dass das Inventar, dass jedes Item, auch große Item, zweihändige, nur ein Slot wegnehmen. Aber das Inventar ist trotzdem wieder zu klein. Na ja, oh Gott. Also die sind jetzt hier wieder zurückgegangen, dann hat man hier oben noch Life, Defense und Armor. Quatsch, Attack. Attack ist der Attack-Geschichte, was da alles mit drin ist. Defense ist wahrscheinlich alles zusammengefasst, was in die Defense, also in die Zähigkeit da reingehört in Diablo 3. Und Life ist dann das reine Life halt, hier der Globe, wie viel denn da drin ist, denke ich mal. Nach einem Stufenaufstieg hat unser Barbar fünf Attributspunkte und zwei Fertigkeitspunkte erhalten, die er verteilen kann. Geht hier auch, Step-Points, Skill-Points. Wenn ihr eine Stufe aufstellt, erhaltet ihr neben euer Fertigkeitspunkt außerdem Punkte, die für die Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit oder Willenskraft ausgeben könnt. Natürlich profitieren die meisten Barbaren-Builds von einer gehörigen Dosis Stärke. Doch wenn ihr euren Charakter weiter ausbaut und euch die für Fertigkeiten und Synergien entscheidet, wollt ihr bestimmt auch andere Attribute hinzunehmen. Ja, das ist die Frage, ob das, wenn die anderen Attribute was bringen, dann ja, wenn nicht, dann nicht. So, bei Barbaren erhöht jeder Stärkepunkt den Schaden für eure Fertigkeiten, während Willenskraft die Wuterzeugung verbessert und Geschicklichkeit Krit-Chance gewährt. Als Zauberin hingegen erhöht Intelligenz den Schaden an alle Fertigkeiten, richtig. Willenskraft verleiht kritische Trefferchance, völliger Quatsch und Geschicklichkeit beschleunigt die Wiederherstellung von Mana. Jeder verleiht euch einen sekundären Defensiv-Bonus. Das habe ich nicht verstanden, warum das so gemacht wurde. Ja, Strength und auch Intelligence, ne, hier geben beide All-Resist und halt, wie gesagt, Quatsch, also Strength nicht, aber Strength und Intelligence sind halt die, äh, die zwei klassenspezifischen Attribute hier, ne, also Intelligenz gibt bei Schaden und Strength. Hier beim Barbar und, äh, bei der, ähm, Sorceress halt. Das wäre dann auch bei Dexterity noch so. Willpower kann man ja so nicht mit reinnehmen. Das ist dann wieder was anderes. So, ähm, warum zum Geier ist es hier Strike Chance bei Willpower und hier hast du Strike Chance bei Dexterity? Das macht so gar keinen Sinn. Warum hat man das hier verändert? Also, das macht ja auch dann später gar keinen Sinn, wenn du auf die, ähm, Items dann guckst. Wenn du dann bei einem Item Willpower drauf hast, dann freust du dich drüber und sagst, ja, geil, ich hab hier, ähm, Crit Chance dazu gekriegt. Beim anderen hast du, sagst du, ja, Willpower, äh, toll, äh, Resource Cost, äh, äh, Generation, äh, gib mir das. Aber das brauche ich halt nicht. Das ist völliger Quatsch. Also, das finde ich nicht gut. So. Müsst ihr euch aber selber ein Bild drüber machen. Ihr könnt die Werte eures Charakters mit Gegenständen aufbessern, die hier etwas Willenskraft oder da etwas Stärke gewähren, aber der Großteil eurer Werte wird dadurch festgelegt, wie ihr eure Punkte verteilt. Okay, kann man auch machen. Ist auch gut so, kann man so machen. So, ähm, und hier wird das richtig interessant. Viele der Knotenpunkte und Fertigkeitsbaum eurer Klasse haben zusätzliche Effekte, wenn man bestimmte Grenzwerte bei den Primärattributen erreicht. Ihr erhaltet die grundlegenden Effekte dieser Knotenpunkte, wenn sie mit Fertigkeitspunkten freischaltet. Aber erst wenn die entsprechende Primärattribute hoch genug ist, wird der Bonus-Effekt aktiviert. So, bla bla bla. Rearby attack nearby enemies, bla bla bla. So, Willwin restores one fury. Jetzt mal, wenn es ihm trifft, ne? Und ab 150 Decks wird der Willwin 3% Speedboost für jeden Getroffenen, weil aktiviert um bis zu 15% hoch. Ab 225 Strength und Decks 1% Strike Damage pro Sekunde, weil aktiv im Stacking ab zu 20%. Also, man, ich denke mal, wenn, die meinen das so, dass du eben auch andere außer dein Main-Stat stacken musst, um so ein paar Breakpoints zu erreichen. In Diablo 3 ist es ja nun mal so, dass du dort eben quasi nur noch auf Main-Stat gehst und live ein bisschen. Aber die anderen brauchst du ja nicht. Du gehst voll auf Int. Gut, beim Paragon-System ist es ja auch so, dass du da gar nichts anderes machen kannst. Also, du kannst nur auf Int gehen. Auf dein Main-Stat gehen. Du kannst das gar nicht in Geschick reinstecken. Das geht nicht. Aber, äh, ja, das müsste man, ja, gut, okay. Hier kann man das dann eben skillen. In Diablo 3 war es nicht so. Aber in Diablo 2 war es auch so, dass man das machen konnte. Gut. Weiter. Hier haben wir das dann nochmal mit Ice Blades nochmal. Beschworenen, äh, ja, Eiseklingen. Blablabla. After applying 75 Chill Ice Blades. Ja, also, es ist dann, ähm, dieses, äh, mit diesen doppelten Effekten. Einmal, dass man den aktiv macht und einmal, dass die passiv, ähm, halt dadurch geschehen, ne? Ähm, und, äh, hier kann man dann eben ab 140 Willpower, ähm, Edition Damage to Frozen Targets, also wenn die dann eingefroren sind, macht er dann nochmal mehr Schaden. Wieviel steht jetzt hier nicht. Reden wir jetzt über Gegenstände, äh, Waffentypen. Wie wir in unserem letzten Blog-Eintrag angedeutet haben, arbeiten wir an grundlegenden Änderungen des Gegenstandssystems. Wir schauten uns erstmal die vielen verschiedenen Waffen an, die den Klassen in Diablo 4 zur Verfügung stehen. Unsere Waffentypen unterscheiden sich optisch und haben dank Funktionen wie dem Arsenal des Barbaren großen Einfluss auf das Gameplay. Wir haben auch viel in der Engine des Spielers, des Spiels eingebaut, damit die Waffen echter und physikalischer anfühlen wie der Barbare. Der Wehren auf Ruhr mit seinem Streikhäum durch den Boden flügt. Ja gut, Arsenal des Barbaren und Arsenal, was ich vorhin meinte, ist ein Unterschied, ne? Also nicht, äh, nicht verwechseln da. Ja, das ist ganz cool. Er zieht den quasi, haut den den Boden hinter sich und zieht den nach vorne und wirft dann somit den Dreck auf den Gegner hier dann halt, ne? Charaktere von Diablo 4 setzen ihre Waffen ein, um Fertigkeiten auszuführen und magische Energie zu kanalisieren. Doch etwas hat noch gefehlt. Zauberstäbe sollten schneller als Kampfstäbe sein und Schwerter und Streikhäume sollten sich unterschiedlich verhalten. Um zu sehen, wie sich das in Aktion anfühlt, haben wir in unseren neuesten internen Testumgebungen alle Waffen mit einem individuellen Tempo und eigenen Charakteristika ausgestattet. Okay, gibt's in Diablo 3 auch, ne? Dass Dolche natürlich schneller sind als im Schwerter zum Beispiel. So, jetzt haben wir hier die Zauberstab, ne? Rare Wand. Hat jetzt als Very Fast da als Weapon drinstehen und das ist hier, ähm, nur der Stab ist halt Slow Weapon. Wow. Und das sind dann noch so die zwei, obwohl die beide für den, äh, Zauberer sind. So. Zwei unterschiedliche Waffen für die Zauberer und Aufschluss für 20. Allgemein eignen sich Einhandwaffen wunderbar für schnelle Angriffe und Positionswechsel, während langsamere Zweihandwaffen mehr Schadenverursachen, okay. Man merkt einen solchen Unterschied zwischen den beiden. Kann man hier sehen, ne? Ne, also hier ist das eben, äh, oben ist mit dem Stab und hier ist das mit dem Zauberstab. Der reift schneller an, ne? Wenn man so vergleicht. Sie hat aber allerdings hier noch ein Buch in der Hand. Keine Ahnung, ob das dann, äh, die Zaubergeschwindigkeit auch noch, ähm, beeinflusst halt dann. Ah, also das, äh, ist natürlich wieder ein bisschen blöd gemacht, dass man das Buch damit in die Hand gegeben hat, aber naja. Aber hier sieht man, dass es natürlich Einhand ist und das ist eine Zweihandwaffe, das Ding ist wesentlich. Äh, Zauberstab, der sich schneller kanalisieren lässt. Gut. Neben der Geschwindigkeit, die jeder Waffentyp eine physikalische Charakteristik hat. Verschillen ist es der Blockwert, das bedeutet, dass dieser Schild im Sektuario nicht nur magisch aufgesehen hat, sondern auch blocken kann. Ach was. Solche philikalischen Eigenschaften sind bei allen Waffen des gleichen Typs konsistent und können nicht modifiziert werden. Ja. Uppala. Block Shield. Und hier haben wir, ähm, Weapon Attack, Very Fast Weapon, Critical Chance, Life on Kill und Damage on Needs. Hier haben wir Fast Weapon, Rare Axe, Chance to Inflict a Bleed und 30% Damage over 50. Life on Kill, blablabla, ja. Weg. Die Buckler heißt im Englischen genauso. Die physikalischen Charakteristik an der Waffen werden über dem Trenn-Symbol in den Tooltipps von Gegenständen angezeigt. Hier steht, hier sehen wir als Beispiel ein Schild, ein Zauberstab und ein Ablech. Genau. Euch fällt bei diesen Gegenständen vielleicht noch etwas auf. Die sind hochauflösende Darstellungen der tatsächlichen Ausrüstung. Symbolen sind sehr wichtig für ein Spiel wie Diablo. Sie tragen oft, ähm, zu viel, so viel zur Identität eines coolen, erbeuteten Gegenstandes bei, wie die Darstellung in eurem Charakter im Spiel. Gegenstände, die man nicht am Charakter sieht, wie beispielsweise Ringe, werden durch ihr Symbol definiert. Haben die alle verbessert. Na gut. So, jetzt kommen wir zu den Qualitäten der Gegenstände. Äh, es gibt auch aufregende Änderungen bei den Qualitäten der Gegenstände. Auf philosophischer Ebene mögen wir die leichte Unterscheidbarkeit, die durch klar abgegrenzte Gegenstandsstufen ermöglicht wird. In anderen Worten, wir glauben, dass Spieler alle Erfahrungsstufen davon profitieren, wenn sie nicht jeden einzelnen Gegenstand genauestens untersuchen müssen, um herauszufinden, ob er eine Verbesserung für sie darstellt. Blaue magische Gegenstände sind gut, aber gelbe seltene Gegenstände sind in der Regel besser. Das erzeugt ein tolles Fortschrittsgefühl, wenn eure Gegenstände immer komplexer werden, mächtigere Effekte haben und coole aussehen, je weiter ihr Stufen aufsteigt. Um die spielverändernden Eigenschaften legendärer Gegenstände in Diablo 3 sind aufregend und verbieten viele Effekte, die nur reguläre Abfixen gar nicht möglich sind. Was? Allerdings wollen wir nicht an einen Punkt geladen, an dem es immer die richtige Entscheidung ist, alle Gegenstände zu ignorieren, die nicht orange ausstrahlen. Ja gut, also sagen wir es mal so, in Diablo 3 ist es ja so, dass alle blau, gelb und weiß werden geschrottet und grau. Also, nur was für ein Schmied. Also wird es hier viele aufregende Änderungen geben. Wir ermöglichen das Machtprinzial individuelle Effekte von magischen Gegenständen. Wir erhöhen die maximale Anzahl der Effekte von seltenen und besseren Gegenständen auf Grundstufen. Legendäre Effekte werden bei legendären Gegenständen jedenfalls jetzt auffällig ausgewürfelt. Ja, wirklich. Und einzigartige Gegenstände werden mythische Gegenstände ersetzen. Also Mythic gibt es nicht mehr. Du bist einzigartig. Unique of Ink. Also hier kann man sehen, gelb, bla bla bla. Hatte ich aber dann 7, 6, 5 Resource Regeneration. Das geht dann runter. Aber dafür nimmst du diese Items natürlich mit, um hier diesen Effekt zu haben. Den hast du hier nicht. Obwohl dann hier zum Beispiel Immobilize Chance immer noch höher ist. Bis zu 16,8% hier. Aber hier hast du halt eben diesen Legendary Effect mit. Der das Ganze dann interessant macht für dich. Allerdings, magische Gegenstände können jetzt die mächtigen regulären Affixe haben. Während seltene Gegenstände bis zu 5 Affixe erhalten können. Legendäre Gegenstände haben viel reguläre Affixe und ein legendäres Affixe. Okay. Ja. Jetzt kommen die legendären Gegenstände. Da unten hat man die Uniques gesehen. Legendäre Ingenierungen. Ihr könnt je euch legendäre Ingenierungen einfach als seltene Gegenstände vorstellen? Ja, ja. Das ist das. Sie haben quasi die Kategorisierung an der Stufe erniedrigt. Ich weiß nicht. Manchmal möchte ich echt wissen, was sie damit für Zwecken irgendwie. Naja. Bei denen ein Affixe durch einen legendären Effekt ersetzt wurde. Neun legendären Affixe funktionieren genau wie reguläre Affixe. Sie können zufällig auf verschiedenen Gegenständen und unterschiedlichen Gegenstandsplätzen auftreten. Viele können von allen Klassen genutzt werden. Während andere nur einer bestimmten Klasse zu... Ja, kennt man auch. Also. Hier, um das mal zu zeigen. Du kannst diesen Affixe hier... When you stand inside your own damaging ground effects, you increase your damage. They deal bei 27%. Sowohl auf den Stiefeln, als auch auf der Brust haben. Die sehen da auch ein bisschen ähnlich aus. Ne? Hier so ein bisschen rot und dunkel angehaucht. Ne? Hier auch rot. Ne? Und mit goldenen kleinen Highlights da. Aber, wie gesagt, du kannst es jetzt eben auf zwei verschiedenen Slots haben. Ebenso hier. Roots of Chilling Frost, wie es schon heißt. Und Amulet of Chilling Frost. Ne? Die Frage ist bloß, ob sich das dann addiert. Multiplikativ oder additiv? Ich denke mal additiv. Die Frage ist auch, ob dann dieser... Negative Effekt auch dann addiert wird irgendwie. So. Also. Ich dachte ja, das wären... Das... Ja. Das sind die besten Items. Aber nein. Hier kommen wir immer noch zu den Uniques. Einzigartige. Ihr könnt euch nicht entscheiden, ob eure Unterkühlungseffekte schneller entfrieren. Oder ob die Bodeneffekte euer Spielmechano... Stiefel verschaffen. Ja, man schauen soll. Kein Problem legen. Der Effekt ist nicht auf dem bestimmten Platz beschränkt. Ja, ja. Genau. Jetzt könntest du aber meinen oder denken. Ja, Alter. Ich hau mir alle Slots mit dem selben Affix voll. Ja. Wäre eine gute Idee. Aber, wie gesagt, es kommt dann eben noch die Einzigartige. In den oberen Beispielen seht ihr eine Auswahl. Unsere Affixe, wie Elementarschadenwiderstände und Socke für Edelsteine und Ruhm. Die anstelle eines weiteren Affixes auf Gehstände sein können. Und natürlich erhöhen eure Waffen der Angriffe und eure Rüstung die Verteidigung. Und mit der Erhöhung der maximalen Anzahl an Affixes und Gegenständen fügen wir dem Spiel auch neue Affixe zu, um die Vielfalt zu erhöhen. So. Einzigartige Gegenstände. Einzigartige Gegenstände feiern Diablo 4 eine fulminente Rückkehr. Wir möchten die Fantasie eurer Gegenstände unterstreichen, weshalb die Affixe unveränderlich sind und man um sie herum aufbauen muss. Die verfügen über stark themenbezogene und in der Regel klassisch spezifische Reaktionen sowie ein markantes Aus. Okay, also. Was hattet ihr noch oben gesagt? Ihr wollt das nicht über das Item klassifizieren. Also nicht ausrichten. Jetzt haben wir hier drei Sachen. Einmal die Hosen. Your poison no longer deals damage over time. Also nicht mehr damage über Zeit. Sondern 127% total damage is dealt to a target when your poison expires. Also wenn die Vergiftung aufhört. Okay. So ähnlich wie so ein Jade-Effekt vom WD. Dann haben wir hier den Maze. When Hurricane deals damage, there is a chance to automatically cast tornado at the target for free. Ja, das ist für den Druiden dann. Der dann Hurricane und tornado hat. Der dann zufällig dann noch was auslöst. Hatten wir auch in Diablo bei drei, bei mehreren Skills ist das der Fall. Und wir haben hier noch eine Brust. Poisoned enemies hit by your lesser rate or thrash instantly deal 25% of the remaining damage to all nearby enemies. Ist natürlich cool, wenn man jetzt zum Beispiel diese zwei kombinieren kann. Was für eine Idee. So. Äh, ja. Um diese sollte man das herumbauen. Ist die Frage, ob das wirklich Sinn ist, was die drei gerade geschrieben haben. Denn herum aufbauen muss. Ich weiß nicht. Man muss halt wissen, was die anderen Items dann für Affixe hat, damit man dann die richtigen findet, um dann die zu kombinieren. Um das sinnvoll zu kombinieren. Also, drei einzigartige Gegenstände, die ab Stufe 20 verfügbar sind einzigartige Gegenstände, haben immer dieselben Affixe. Ja, das haben wir nur. Wir möchten die Idee von mythischen Gegenständen immer noch, aber wir wollen keine Gegenstände, die so stark sind, dass sie alle anderen in den Schatten stellen. Also haben wir sie vorerst entfernt, wir mochten allerdings den Aspekt, dass man zufällige legendäre Eigenschaften durch einen Gegenstand erhält. Also haben wir das in die Funktionsweise unterlegen, ja, ja, gut, okay. Also die Mythics waren so stark, dass man wirklich nur auf dieses Item alles ausgelegt hat. Und hier ist es so, dass man das immer noch kombinieren kann mit anderen. Dass man es nicht nur auf dieses eine auslegt, sondern dann guckt, ob das vielleicht auch hier mit anderen zusammenpasst. Und dann hier diese Lückenfülle, um irgendwas dann zu buffen, dann noch mit möglichst mehreren, ähm, ja, gleichen Stats dann zu machen. Naja, also haben wir das in Blablabla. Mit den neuen Bäumen und Fertigkeiten und passiven Fertigkeiten, Primärartigutspunkte und Änderungen bei den Gegenständen von Diablo 4 könnten wir es nicht erwarten, all die Bilds zu sehen, die ihr kreieren werdet. Vielleicht konstruiert ihr euch auf Fertigkeiten, die von einziger Art in Gegenstände verstärkt werden. Er schafft ein ganz neues, aus verschiedenen legendären Affixen, entdeckt kreative Mischungen aus Primärattributen und spezifischen Fertigkeiten oder baut sogar ungewöhnliche, seltene oder magische Gegenstände ein, um den Effekt eines bestimmten Affixes zu maximieren. Jaja, also das, also das, das hört sich ja sehr, sehr komplex jetzt an. Man muss aber auch gucken, was lootet man denn? Die Frage ist, kann man da vernünftig handeln? Wird es Sinn machen, da, ähm, das Handelssystem überhaupt mit einzubauen, wenn man sowieso überall da was finden kann auf allen Slots bei den, äh, Legendaries, ne? Also, warum sollte ich das erhandeln, wenn ich sowieso droppen kann auf jedem Rüstungsteil? Wir freuen uns drauf, das Feedback in der Community, äh, in den Updates zu diesem Blog zu lesen. Vergesst bitte nicht, äh, dass nichts von dem hier gezeigten Final ist, dass sich das Spiel weiterhin in der Entwicklung befindet. Über Feature werden weiterhin in der Entwicklung Diablo 4 helfen und über Schüssel zu Ideen, zum Spielen zu erzeugen. Während der Entwicklung von Diablo 4 werden wir weiterhin am Gegenstandssystem arbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, euch, äh, alle nächstes Jahr bei der BlizzConline zu sehen. 2021 werden wir viele Neuigkeiten und andere Features haben und wir können es nicht, erwarten, sie uns mitzuteilen. Okay, ähm, bei dem Englischen steht noch drin, dass, das nächste Quartals-Update, äh, äh, ne, oder? Ja, gut, ich dachte, steht hier drin, dass das nächste Quartals-Update zur BlizzConline kommen wird, aber gut, okay. Egal, also, ähm, ja, das haben wir hier unten, ähm, ja, gut, das war das letzte, ja. Also. Lest euch das durch, kommentiert, äh, wie ihr, was ihr davon haltet. Ich insgesamt bin immer noch nicht überzeugt von Diablo 4. Wir haben das jetzt verbessert, ja. Die Geschichten, äh, mit den Mainstats, ja, ist besser, finde ich gut. Aber mit den Items ist das immer noch verwirrend, äh, also, äh, ich weiß nicht. So genau blicke ich da noch nicht so ganz durch. Ich verstehe ungefähr, was sie wollen. Ne, sie wollen halt eine sehr hohe, äh, Bildvielfalt und Skillvielfalt, äh, behalten, ne, und nicht so festgelegt sein, wie jetzt in Diablo 3, dass es halt nur einen einzigen Bild gibt, der meta ist, ne, äh, aber wie gesagt, das ist halt wieder sehr random, ne. Wenn das überall rollen kann auf allen Items, ne, dann ist das alles sehr random. Ähm, also, äh, ich bin da noch nicht so überzeugt. Die Frage ist, wie viel musst du fahren, um dann vernünftig ein Bild zusammenzubasteln, gebastelt zu kriegen? Das ist die Frage. Also, ich weiß noch nicht. Und auch das, äh, mit denen hier Willpower, dass sie zweimal unterschiedliche Sachen da macht bei zwei verschiedenen Klassen, ist halt auch Quartal. War nur gut. Okay. Also, das erst mal soweit zu Quartalsupdate zu Diablo 4. Ähm, äh, Link. Die, äh, sind unten in der Beschreibung drin, sowohl zum Englischen als auch zum Deutschen. Und dann, ja, lest ihr euch das durch, ähm, äh, schreibt mir, ob ihr euch das so gefällt oder nicht. Dann schauen wir mal weiter, was dann auf der BlizzCon, BlizzConline, dann im nächsten Jahr kommen wird. Ansonsten Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge auch alles in die Comments rein. Und dann, ach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.